Beim Armutsforscher Christoph Butterwege ist momentan mächtig was los. Der deutsche Politikwissenschaftler hat sich mit Armut ein Schwerpunktthema ausgesucht, das sehr attraktiv ist. Da schafft man es nicht wirklich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, aber mittlerweile wird Butterwege gern und oft in Print- und Online-Medien zitiert. Grund ist die anhaltend hohe Inflation. Im Juli wurden 7,5 Prozent gemeldet, im Juni waren es bekanntlich 7,6 Prozent, im Mai 8 Prozent und leider ist kein Ende in Sicht. Angesichts dieser apokalyptischen Zahlen warnt Christoph Butterwege vor einer Ausbreitung der Armut in Deutschland bis in die Mittelschicht. Künftig weiter steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise werden bis in die Mitte der Gesellschaft hinein zu sozialen Verwerfungen führen, sagte er am vergangenen Freitag der Rheinischen Post. Auch Wall Street Online zitiert den Armutsforscher, möglicherweise muss eine Mittelschichtfamilie jetzt die Hälfte ihres Einkommens für warme Miete ausgeben. Daher wird sich die Armut weiter ausbreiten. Wenn sich Gaspreise verdreifachen und die Gasumlage des Bundes zusätzlich obendrauf geschlagen wird, fällt auch für Mittelschichtfamilien der Jahresurlaub weg. Zitat Ende. In der Taz kommentierte Butterwege, dass rein statistische Zahlen die Armut eher verharmlosend darstellen. Es wird nur die relative Einkommensarmut berücksichtigt, nicht die absolute Armut. Finanzschwache Gruppen sind in der Armutsstatistik gar nicht enthalten. Denn es geht bloß um Armut im Haushaltskontext. Obdachlose oder Menschen, die in Notunterkünften leben, bleiben zum Beispiel außen vor. Das bedeutet schlicht und ergreifend, die statistisch steigende Armut in Deutschland spiegelt vorwiegend Entwicklungen in unserer Mittelschicht wider. Selbst Familien mit zwei Verdienern, die normale Berufe haben und bisher auch gut über die Runden gekommen sind, kommen nun in arge finanzielle Bedrängnis. Hinzu kommt, dass viele Menschen, die eigentlich einen Antrag auf Transferleistungen stellen könnten, es gar nicht tun. Bei Hartz IV geht man davon aus, dass nur jeder zweite Antragsberechtigte einen Antrag stellt. Bei der Grundsicherung im Alter ist die Dunkelziffer sogar noch höher. Untersuchungen würden zeigen, dass von drei Antragsberechtigten nur einer um Hilfe nachsuche. Viele Betroffene wüssten nicht, dass sie eigentlich anspruchsberechtigt seien, würden den bürokratischen Aufwand scheuen, sich schämen und seien zu stolz. Die verdeckte Armut dürfte stark zunehmen, denn gerade alte Menschen, die kälteempfindlicher und viel zu Hause sind, müssen nun erheblich höhere Heizkosten tragen. Was passiert, wenn sich der Gaspreis verdoppelt? Forscher haben die Szenarien untersucht. Dann droht der Verlust hunderttausender Jobs und ein weiterer Anstieg der Inflationsrate. Das Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, rechnet deshalb mit gravierenden Folgen für die ohnehin schon angeschlagene deutsche Wirtschaft. In einer neuen IW-Studie untersuchte das Institut die Auswirkungen der Energiepreise auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt. Dabei simulierte das Forscherteam zwei Anstiege des Gaspreises im dritten Quartal dieses Jahres. Einmal um nur 50 Prozent und einmal um realistische 100 Prozent. Die Autoren spielten verschiedene Szenarien für diese steigenden Energiepreise durch, beginnend von einem hohen Ausgangsniveau. Denn der Gaspreis war bereits hoch zwischen 2020 und 2021. In diesem Zeitraum hat er sich im Jahresschnitt verfünffacht. Das Ergebnis dieser simulierten Entwicklungen ist düster, warnten die Forscher. Bei einem Anstieg der Gaspreise um 50 Prozent dürfte die Inflationsrate um einen weiteren Prozentpunkt im laufenden Jahr und um 1,3 Prozent im kommenden Jahr steigen. Bei einer Verdoppelung der Gaspreise würde die Inflation um einen Punkt in diesem Jahr und um 4 Prozentpunkte im nächsten Jahr wachsen. Das sind dann also nochmal 4 Prozent auf die aktuellen 7,5 Prozent. Nicht so lustig. Die deutsche Wirtschaft würde dann um weitere 0,2 Prozent schrumpfen. Das entspricht einem Verlust von 70 Milliarden Euro. Und da die Menschen weniger Geld zur Verfügung hätten, würden sie auch deutlich weniger kaufen. Der Konsumklimaindex ist aber bereits auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Einführung. Viel weniger Konsum geht eigentlich gar nicht mehr. Die Unternehmen wiederum hätten ebenfalls weniger Geld für Investitionen übrig. Diese Investitionen könnten dann im laufenden Jahr um weitere 0,4 Prozent sinken und in 2023 um 3,1 Prozent. Eine Verdoppelung der Gaspreise entspricht auch einer Erhöhung der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent. Im kommenden Jahr betrifft das dann ca. 300.000 Menschen. Gar nicht berücksichtigt in den Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft sind Produktionsausfälle bei einem kompletten Stopp der Gaslieferungen aus Russland. Das würde zusätzlich hohe Preisschocks in den Wertschöpfungsketten auslösen, erklärte IW-Studienautor Thomas Obst. Zu einer Normalisierung käme es dann erst wieder 2024. Und der Begriff Normalisierung bedeutet nicht etwa den Rückgang der Preise auf das Vorkriegsniveau. Normalisierung bedeutet nur, dass sich die Unsicherheit endlich legt. Wir wissen dann wieder, wo wir unsere Energie herbekommen und gehen davon aus, dass das so bleibt. Verbraucher und Produzenten müssen sich dann in dieser neuen Normalität auf anhaltend hohe Energiepreise einstellen.